so meine freunde wir haben ja ein bisschen erfahrungspunkte denke ich mal bekommen und zwar beim schwertkampf dürfen wir uns was aussuchen stumpf an schlag zu stechen zu schlagen zu schlagen ja zu schlagen zu stechen was ist das zu stehen er sei diese kombos zu schlagen zu schlagen das mache ich am liebsten aber es ist anders für ein vorteil bitte jetzt verstehe ich die ganze zeit zurück so nervig also dass man zu schnell das nie das da hat mir gefallen da muss man zuschlagen hier umsonsten haben wir aber kunde haben da hast du nie zurück so ok na sonst noch mal nicht so viel die müssen uns anziehen gesagt aber wir haben ja schon welche deswegen braucht man diese platte ellenbogen kacheln gar nicht so müssen wir dem noch mal reden oder wie schaut es aus mhm bete lieber dass herr hans dir das nicht übel nimmt und wenn schon hüte deine zunge ein paar meiner männer haben ihn bereits besiegt und es gab nie probleme doch du könntest der erste sein und jetzt ab ins rathaus der vogt erwartet dich bereits jawohl hauptmann okay dann gehen wir mal zum vogt aber müssen erst mal unser pferd bekommen mein downhand danach könnten wir danach habe ich schon mal ein paar stellen wo wir ein paar schätze finden könnten wo wir das aber mache ich jetzt sehr genau machen wir mal diese schätze dann finden dann machen wir was anderes so ähm ich habe nämlich noch eine kleine überraschung parat ja der vogt ist glaube ich der vogt müsste ja der ist weiter weg der ist fast beim schloss da müssen wir weit rennen hier die schöne aussicht da waren wir unten übrigens beim bogenschießen hier ja du hast entdeckt hier ja kleine kirche hier irgendwo ja hier die kleine hier in der burg jäger entdeckt so das haben wir noch alles blub 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 gehen wir mal weiter sei jede menge hier gibt es zum beispiel diesen äh guck mal das sind die texturen die laden ja sehr viel später hier hier der da ist fertig geladen hier ist ein händler standard gehändler da gibt es also äh alles mögliche ähm ja texturen gefallen mir hier viel besser als auf der ps4 so ich glaube wir haben den vogt irgendwie den vogt haben wir übersehen nein haben wir nicht der müsste hier sein rechts müsste sein irgendwo hier oder was oder ne hier kann das nicht sein oder der müsste ich denke wo hier sein da ist wieder einer ohne kopf wie geil ist das denn auf der ps4 habe ich das gar nicht gehabt der schreiber ist er beim schreiber der vogt oder ist er hier irgendwo drin du bist denn wache schaut euch diese gurken an die bleiben den ganzen boah das ist jetzt nervig ich müsste einen vogt finden oder was du bist aber nicht der vogt lüstmeister boah leute warte mal plus ich kann doch mal irgendwie zoomen rbs zoomen aber ich kann nicht ich bin weiter weg muss weiter nach rechts glaube ich glaube ich müsste irgendwo sein oder hier müsste doch irgendwo sein der vogt in dem haus hier glaube ich können natürlich auch beim schreiber drüben sein der vogt das ist echt gemein du bist die wache glaube ich und du bist der schmied meine güte wo bist du denn bist du hier irgendwo dort das kann sein was ist das hier da geht es nicht auf da können wir nicht hin schauen wir nochmal hier nochmal kurz nach bürger bürger du bist der händler du bist eine wache so nochmal hier hindurch ich habe das beim schreiber irgendwo der vogt der müsste beim schreiber sein so händler der kopflose hier und meine güte gebt euch das an was zur hölle machst du da so jetzt ist es wieder da ok so schauen wir mal hier nach na ne quatsch jetzt können wir hier gar nicht rein weil das die zeit ist wo man jetzt schlafen sollte äh poppom viel uhr ja wir müssen jetzt pennen gehen das bedeutet wir gehen zurück zu diesem häusle drüben oder wir pennen hier irgendwo kommt wir pennen hier ey wieso soll ich jetzt ich glaube kein ding ist kein pferd dabei und da werde ich ganz garantiert nicht hinlaufen ähm ich glaube das müsste drüben sein ich habe hier kann ich nehmen es nicht hier glaube ich drüben müsste es sein oder hier kann ich doch beim wert meine bett ähm übernachten komm ab salat du bist doch aus Schankmaid oder Schankmaid oder Schankmaid Maid ne da da müsste ich muss man den Wirt fragen du bist der der Hans hihihi du bist der Bürger oh man wo ist denn der Wirt ey du bist der Wirt hallo ich muss schlafen kann ich bei dir schlafen ach nee oder kann man nicht hier machen super muss ich tatsächlich jetzt latschen oder was oder na schön aber ich habe gedacht das kann man kann da übernachten gibt es aber auch eine Schenke Schenke da gibt es zwei Schenke was ist wenn ich in der letzten der Nachfrage gibt es noch einen Dardpennen ich schaue nochmal kurz nach so viel Zeit muss sein so viel Zeit muss sein ich wundere mich echt dass wir da nicht so viel Kampferfahrung gehabt aber sehr wenig oder kaum was investieren können können wir nochmal tragen 109 ok da ist die erste Schenke da müsste ich denke noch eine Schenke sein wo war das nochmal noch ein bisschen weiter vor Schuster hier drüben müsste es sein hier drüben müsste es sein so jetzt komm hier muss doch was äh du bist äh hast du ein Bett für uns laden jetzt wird es wieder laden laden manchmal ist es so dass es schneller lädt und manchmal hier ist nix die war doch der wert oder oder nicht bist du der wert gewesen natürlich ja komm hey die kunst das ist der größe nee der ist auch der hat auch nix oh komm ey Leute was ist denn los mit euch keiner hat Bock äh mir hier ein Bett zur Verfügung zu stellen musst du deinem fremden Bett pennen oder was nein ich muss wieder zurück natürlich ist das dein Ernst ja das ist mein Ernst der hat mich gefragt was mein Ernst ist das ist mein Ernst das ist deren Ernst hier dass die mir kein Bett zur Verfügung stellen also ich sag es euch bei manchen Orten kann man gibt es kein Problem da kann man rasten äh schlafen Zimmer mieten aber hier nix dagegen so da ist der Hans nochmal da 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 wir aber müssen hier wieder zurück Apropos viel äh Sattheit Energie Energie ist auch sehr niedrig müssen wir halt wieder zurückrennen ich glaube ich mach danach folgendes ich probier mal das Schlüsselknacken aus weil bei dem Typen bei diesem Müller können wir ähm Schlüsselknacken üben so jetzt jetzt machen das jetzt dunkel kopflose Leute rennen rum jetzt erlebe ich das auch hier jetzt erlebe ich das auch hier sind wir langsam müde wie bist du denn da unten ist ja ganz schön gut angezogen hier wisst ach du bist doch der Bart der Bartige Typ da den wir da in der Cutscene gesehen haben Mühle entdeckt ja jetzt gehen wir erstmal pennen setzen und gleich mal schlafen setzen und gleich mal schlafen aber es gibt ja überall Töpfe wo man essen kann kein Problem so gleich haben wir es geschafft und das Spiel wurde gespeichert und das Spiel wurde gespeichert also Leute wir sehen uns gleich wieder da